herzlich willkommen zu meinem neuen und wahrscheinlich auch das letzte video was ihr hier sehen werdet naja besser gesagt vom alten arg sollte ja bald losgehen mit arg asa ist ja schon oktober wenn sie das nicht wieder verschieben wollen wird es wahrscheinlich sehr weit kommen hoffentlich ja ich habe leider kein server mehr gefunden wo aktiv noch irgendwelche spieler spielen also konnte ich konnte ich leider nichts mehr auf dem server zeigen also habe ich mich jetzt beschlossen einfach ein einzig spieler rein zu gehen und irgendwas im kreativ modus zu bauen ein letztes mal ein letztes mal ja arg es war eine schöne zeit muss man sagen mit höhepunkte und tiefpunkte damals hat man halt angefangen ganz einfach stroh und heu zu bauen das war eine schöne zeit muss ich sagen jetzt hat alles an ende ich will mal hoffen dass asa gut läuft keine bugs mehr so richtig keine ce fehler mehr bei der way spiel auf konsole und zurzeit mit den ein ce fehler ist sehr 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 schwierig man andauernd aber naja wollen wir mal hoffen also mein der hype ist groß sagen wir mal so ich freue mich schon drauf ja ein schönes spiel eine hassliebe kann man sagen es macht spaß aber man hasst es auch irgendwie es ist eine mischung aus freude und hass so kann man das glaube ich am besten sagen ja ich bin leider nicht seit tag eins dabei gewesen wo arg raus gekommen ist sondern etwas später ein kuppel hat mir nicht arg mal gezeigt nur weil ich ein bisschen beeindruckt größe gehen raus an tobi wenn du das siehst das letzte art video dann würde ich mal sagen wir sehen uns in asa wieder und ja west in peace art es war schön mit dir Untertitelung des ZDF, 2020